So, jetzt sind wir auch wieder bei Dragon Ball Z Budokai 3. Jetzt verladen wir wieder, wenn wir letztes Mal... Warte mal, ist mir ein bisschen cooler. So. Und wieder Dragon Universe. Den spürt man heute. Den müsste man jetzt, ja. Kit Gohan. Kit Gohan. Das von Goten kann man ja gar nicht spielen. Ja, okay, da hat auch in Dragon Ball Z nicht so viel zu sagen gehabt. Was ist denn in Dragon Ball GT? Na gut, Yolo. Ja, das ist glaube ich gleich wie bei Kralin, das ist ja Yolo, alter. Gewaltiges Key. Da, 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 da. Und runter in die Ebenen, oder ins Felsenmeer, oder keine Ahnung, Felsenberg. Na okay. Ja, komm, gleich nochmal rein. Das Geld haben wir ja nicht gekriegt, dann kann das ja auch YOLO sein. Pass auf. Okay. Oh, das war jetzt Konter. Wie was gehört? Oh, scheiße. Oh, jetzt bin ich wieder aus der Übung in dem Game. Fuck. Content nämlich ziemlich fett. Ja. Nein. Was? Ist halt scheiße ohne eine Special Attack. Muss man halt mit seinen Auto-Kombos kämpfen. Komm. Ja, das war klar. Fuck. Ja, das haben wir aber... Ja, okay, obwohl... Ähm... Wie viel haben wir verloren? Na, doch. Ja, was macht er denn? Er hat aber nicht viel, das ist gleich vorbei. Fuck, Alter. Obwohl er... Obwohl er einen Dragonsprint gehabt hat. Na... Alter. Das ist doch scheiße. Alter. Das ist doch scheiße. Nein. Alter. Scheiße. Das ist doch... Nein. Nein. Ist doch... Alter. Schwul. Oh mein Gott. Ja gut. Ja gut, komm. Der haut halt mit einem Schlag auch viel mehr raus als wir. Ja gut. Da ist auch close vorbei. Oh. Alter ist doch schwul. Ist doch schwul, Alter. Ohne ihn ist... Man dürfte da aber auch keine raushauen. Jetzt hör doch mal auf, Alter. Ist doch alles... Okay, wir müssen theoretisch gesehen... Okay, der ist gleich vorbei. Und zwar genau... Jetzt müsste er vorbei... Ja. Alter, wie kann denn sowas sein? Alter Hyper-Modus von ganz vielen Nerven. Da weist er jetzt natürlich aus. Alter, jetzt... Wie kann das denn sich porten, wenn ich denn grad schade mache? Jaaaa... Oh mein Gott. Er hat einfach eine viel zu hohe Auto-Attack. Der Typ. Der ist doch voll. Ja, der haut mit einem Schaden bis dreifache... oder vierfache sogar, was wir raushauen. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. F skipped. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Der Typ. Wie. so ist die Werte doch jetzt mal die sie die Maus muss weg. Hallo? Ah, okay. Musste laden. Jo, jetzt müssen wir vier Punkte kriegen. Wo geht's jetzt hin? Ach, jetzt wird's mal. Ich meine... Okay. Okay, ich hab gedacht... Na. Ja. Ja, Acrylene gleich ausrasten. Loll. Krillin! Wir haben nur noch keinen Skill, Alter. Na gut, weil die Pflanzenmänner die Gene eingeht. Man muss halt nur auf ihre Selbstzerstörung achten. Na, da muss er gegen Konten. Ja. Ja. Schau! Schau! So, easy peasy. Lol. Mega fast durchrushen hier. Was kommt jetzt? Okay. Okay. Hab ich wirklich keine Scales? Ist doch scheiße, Alter. Schwul. 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 So, Nappa, wenn du willst. Hm, na, dann sollten wir auch beim ersten oder zweiten Mal kriegen. Wenn wir jetzt gehen, ja. Der geht, finde ich, der geht eigentlich noch. Er hat halt nur arschviel Leben, aber... ... 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 Ist doch schwul. Das ist ja viel zu OP, Alter. Komm. Alter. Komm. Ja. 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 Oh Mann. Na, die Special Attacks, die fehlen uns. Also, die... Oder mit Special Attacks, keine Ahnung wie das heißt. Ja. Komm. Oh. Ja. 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 Alter, waaah Loh, wie langsame schon das hier Oh, Alter Waa, Alter Oh mein Gott, Alter Da bin ich die ganze Zeit führend Dann macht Na, na, na Ist doch einfach nur schwul Ja Der macht einfach mal drei Hits und jetzt wird die ganzen Balken wir Ach Alter, ist doch schwul Ja 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 Oh mein Gott, ich hab echt, echt, okay, fuck, mir, ach, ist mir auch so schwul langsam zu schlagen, alter, ach, 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 ach. Alter, du mal, das ist doch unmöglich, alter, das ist nicht erst auf schwer, da raste ich ja komplett aus. Ja, komm, alter, du hast einen Rang-Attack, ach, die hat ich jetzt echt nicht gebraucht, verloch, mein Gott. Oh mein Gott, alter, alter. Ja, gut, bringe es aber eh nix mehr, der hatte noch volles Gelb, fast volles Gelb. Ja, was hab ich gesagt? Oh, digga, alter, digga. Jetzt konter doch. Nein. Das war jetzt hat Glück. Okay, komm, da. Napper, hör doch mal einfach auf, okay. Nein. Okay, alter, ich bin noch ganz klar ausgewischen. Ja, komter, digga, komter. Oh, jetzt portet ich doch nicht im letzten Moment, alter. Bisschen zu früh aufgenommen. Aber jetzt, bam, bam, bam. Na, da konnte ich noch nicht. Ja. Nein. 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 Alter, ist doch schwul. Ist doch einfach nur schwul. Nein. Oh. Boah. Man kann auch, ey, schnell. Alter, ich will dann den... Ist doch einfach nur schwul. Mach mal auf, jetzt auch so weichen, alter, so. Man sieht ja auch, der hat der... Der läuft immer mit null Key rum. Oh, ja, nice. Das gibt ihm jetzt mal wenigstens ein bisschen Damage, alter. Wir haben den viel zu weit. Man muss mal strategisch klug mit unserem Vorsprung jetzt umgehen. Bam, 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 bam. Jetzt halt ein bisschen so auf Range kämpfen. Komm, 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 konter. Oh, ja. Klug, strategisch gut. Oh. Der Vorteil schon wieder. Ja. Jetzt wäre die perfekte Zeit für eine Hyperattacke. Aber da wir ja natürlich noch keine Skills haben... Noch einen. Yes. Yes. Noppa. Das haben wir auch schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Okay, jetzt ist es freesight, sagen wir mal das. Ja, das haben wir auch schon gehört. Wir haben immer noch keine Skills, Alter. Nein. Meine Fresser. Das ist doch alles. Oh. 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 Oh, Dende. Nein. Jawohl. Klar nicht. Na weg. Ah. Welches Ding? Vegeta? Hä? 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 Hallo? Komisch. Ja, aber jetzt hat... Lol. Zerstört es noch mit Dorf. Ja. Endlich, was ist das, Massenko? Oh. Da können wir nur mit Autos rumballern. Auch wenn das Auto jetzt entheißt, das ist ja mal Auto jetzt. Hä, davon ist Vegeta da, dann ist er wieder weg. Ja. 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 Na komm. Ja. 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 ist die geballte Macht. Okay, jetzt, was ist es jetzt? Okay. Oh, ist doch schon... Ich bin aber wenigstens... ...oder... So ein bisschen stärker... Oh Gott, da wird die Perlter auf jetzt immer noch kein Schaden. Lord... oh, komm, 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 jetzt verletzt... Ich könnte mal für Sie sitzen, bis dann... na, aber ich finde... Okay, jetzt fange ich wieder an, auszurassen. Ich glaube, Mittel ist doch anscheinend ein bisschen zu schwer. Ja, jetzt kontert der. Aber trotz dessen, für das erste Mal, vermute ich, war das ganz gut. Na gut, wir bekommen den gelben Balken, da können wir noch reinziehen. Da die Schwul, der sich wieder auflädt, Alter. Komm, den gelben Balken, bitte ich den noch abziehen. Ja, wohl, habe ich schon. Bam. Bam. Okay, aber das sollte eigentlich drin sein. Und wir jetzt hier gut. Ja, okay. – »Lol«. »Kontaten, nein, Kontaten, ausweichen.« »Ausweichen.« »Oh, jetzt dreht er sich, Alter!« »Ja, Alter, jetzt komm!« »Jetzt komm!« »Jetzt komm!« »Jetzt komm!« »Jetzt komm!« ach man versteckt das potenzial fehlt es macht es doch alter macht es doch und der typ ist doch nicht als wir gedacht haben oder als ich gedacht habe ich kann denn der kontern während er angegriffen wird so So ... Furry contact ... So ... wieder einfach alles ok not lights kommt mit am Abend Mois Tauert aber immer ein bisschen ich musste wir haben nochmals so aufs Gleiche Aber der hat doch einen Special-Attack. Ja, lol. Lol. Nein, falsch rum. Was ist denn jetzt hier? So. Jetzt hat er drüben. Frieza. So, voll Hurenlohn. So. 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 er hat da jetzt kommen wir in Amerika und dann auch Frieder Zeit wurde wieder ausrasten werde weil wir einfach nicht vorankommen Kiesel die dritte Formen zu nehmen zweiter ja nie Okay, aber ich habe ja noch mein... Ja, und ich bin zu spät hier. Yes! Das haut dem Essen mal schön Schaden rein. Komm her, Früße, komm her. LOL. Komm, wir können mal beim ersten Mal. Ich will noch schön viel leben. Ah, scheiße. Der hat schon, aber gut, der ist, alter ist. Scheiße, ich will noch mal aufpassen. Oh, noch ein bisschen. Yes, yes, beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Oh, vier jetzt halt. Okay, komm, jetzt hauen wir hier mal drei drauf. Dann machen wir noch mehr Schaden. Tja, das werden wir erfahren. Tinko Han. Ach, das war es jetzt schon. Gut. Dann würde ich sagen, das habt ihr ja schon gesehen. Das muss ich nicht mehr durchlaufen lassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3. Äh, ich werde es jetzt so machen, dass wir vermutlich für jeden Charakter, ähm, immer eine Folge nehmen. Obwohl, vielleicht für Goku oder für die ganzen Komplexe, aber dann vermutlich mehrere, aber wir werden sehen. Dann bis zur, ähm, nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3. Bis dahin, tschüss.